Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich habe heute eine einzelne Rezension für euch und das kommt eigentlich nie vor auf diesem Kanal. Ich glaube, ich habe bisher eine einzige gedreht und das ist schon ewig her, schon ein paar Jahre glaube ich, weil ich halt einfach immer finde, naja, ich kann das ja auch immer im Lesemonat abhandeln, ist ja eigentlich gar kein Ding, sonst kommt das ja immer alles doppelt und dreifach vor. In diesem Fall war es aber leider so, dass ich dieses Buch eben im September gelesen habe. Ich durfte es frühzeitig lesen, der Pipa Verlag hat es mir zugeschickt und der eigentliche Veröffentlichungstermin ist jetzt aber erst am 2. November, also heute. Ich wollte nämlich, dass die Rezension genau passend zur Veröffentlichung online kommt und ich durfte dann im Lesemonat eben nicht ausführlicher über dieses Buch sprechen aufgrund der Spörfrist und da habe ich mir gedacht, naja, ich habe zwar eine schriftliche Rezension verfasst, die ihr auch auf meinem Blog nachlesen könnt, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Aber ich fände es auch nicht wirklich schön, wenn es so komplett untergeht auf YouTube, deswegen mache ich jetzt eine Ausnahme und drehe dazu eine einzelne Rezension, weil es auch wirklich ein absolutes Herzensbuch für mich ist. Und zwar, ihr habt es ja zumindest schon kurz im Lesemonat gesehen, handelt es sich um Die Farbe von Glück, ein Roman über das Ankommen von Clara Maria Vargus. Die Autorin sagte mir überhaupt nichts, muss ich sagen, also das ist auch ein Künstlername und ich habe dann auch so ein bisschen gegoogelt und so weiter und fand, ja, auch ihre Geschichte sehr spannend. Und dann habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen und schon auf den ersten Seiten, ja, sind wirklich die Tränen geflossen, weil es mit so einer tragischen Grundsituation beginnt, die ich wirklich sehr, sehr schlimm fand. Und obwohl diese Situation per se für mich relativ fern liegt, weil ich einfach nicht viel damit zu tun habe, sage ich jetzt einfach mal so, aber ich konnte mich trotzdem sehr gut hineinfühlen. Aber erst mal zum Inhalt. Ich möchte über dieses Buch eigentlich gar nicht so viel verraten, weil ich finde, man nimmt da auch so ein bisschen zu viel vorweg, zu viel vorweg von dem Schönen, um was es hier geht. Und hinten auf dem Klappentext erfährt man auch gar nicht sonderlich viel erst hier. Das möchte ich euch aber gar nicht unbedingt vorlesen. Man hat hier Zitate bekannter Persönlichkeiten, zum Beispiel die großen Themen unseres Lebens, das Streben nach Glück, das Suchen und Finden der Liebe, die Rolle des Zufalls, der Sinn unseres Daseins. Alle sind in diesem weißen, großartigen Roman verdichtet zu einem sprachlich überwältigenden Berg. Und ich muss sagen, alle Zitate, die hier hinten stehen, treffen auch genau ins Schwarze. Sie geben genau wieder, worum es in diesem Buch geht. Und ich finde, das sollte eigentlich schon ausreichend sein und genug triggern. Zumindest war es bei mir so. Was ich vielleicht grundsätzlich sagen kann, um es ganz knapp zu halten, es geht hier um zwei Familien, deren Schicksal aufgrund einer einzigen Entscheidung im Leben verwoben ist. Und wir begleiten diese beiden Familien dann letztendlich dabei, wie sie damit umgehen. Und sie gehen auch sehr unterschiedlich damit um. Das kann man schon mal sagen, weil ihre Rolle auch eine komplett andere ist. So könnte man es formulieren. Ich bin ja gerade schon auf diese Grundsituation eingegangen, die sehr tragisch ist. Aber nicht nur der Inhalt des Buches weckt Emotionen, sondern es ist auch ganz klar der Schreibstil von Clara Maria Bagus. Er ist sehr emotional, sehr metaphorisch. Und ich würde tatsächlich auch empfehlen, dass man da einfach einen Blick ins Buch wirft, um zu gucken, ob das was für einen ist. Weil ich muss sagen, ich persönlich fand das wunderschön. Ich war auf ganz vielen Seiten überrascht, wie sie diese Worte gefunden hat, wie sie sehr komplexe Situationen in unserem Leben, sehr komplexe Gefühlssituationen in Wörter fassen kann. Ich finde das wahnsinnig schwierig, aber ihr ist das gelungen. Ich kann es aber von meiner Seite auch schwer einschätzen, ob es vielleicht dem einen oder anderen dort draußen vielleicht zu kitschig, zu blumig ist. Finde ich in dem Fall echt schwierig zu sagen. Ich persönlich fand es wundervoll. Aber besser einen Blick ins Buch mal werfen. Ich glaube, dass es vor allem auch der Schreibstil war, der letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich mich sehr nah diesen Menschen fühlte. Also es war wirklich so, dass ich mich komplett in sie hineinversetzen konnte, wusste, wie es ihnen geht und deswegen fühlte sich das Ganze auch total nah an. Und dieses Buch zeigt eben auf, dass eine einzige Entscheidung in unserem Leben nicht nur unser Leben verändern kann, sondern auch das unzähliger anderer Menschen. Und dazu zählt nicht nur das unmittelbare Umfeld, das natürlich auch, sondern gegebenenfalls auch Fremde, die durch diese Entscheidungen in einer gewissen Form tangiert werden und ja, auch leider nicht immer auf positive Art und Weise. Und dann geht es einfach darum, wie man damit umgehen kann, wie man damit leben kann. Wie man damit leben kann, zeigt uns unter anderem in diesem Buch Jules. Das ist einer der Hauptcharaktere. Er ist geprägt von Zerrissenheit, von Schuldgefühlen. Und ehrlich gesagt war das eben auch so die Basis dieser Geschichte. Es wirkte auf mich extrem hoffnungslos, aussichtslos und ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie er da rauskommen soll. Und ich sage mal, der Inhalt dieser Geschichte ist jetzt nicht konkret auf das Leben vieler Menschen projizierbar, würde ich sagen. Also ich würde nicht behaupten, dass es vielen genau so passieren könnte. Aber es ist auf jeden Fall der Fall, dass man es auf ähnliche Situationen anwenden kann, wie sich diese Menschen fühlen. Diese Autorin schreibt einfach über das Leben. Es ist so. Für mich war aber nicht nur Jules ein interessanter Charakter, sondern auch alle anderen. Zum Beispiel seine Partnerin Luise. Sie ist eher so die Person, die zwar sehr viel spürt, was nicht offensichtlich ist. Also sie weiß, irgendwas ist im Gange, was nicht ganz so gut ist. Aber sie ist eher die Person, die ganz viel verdrängt. Und ich glaube, sowas kommt einem mit Sicherheit auch bekannt vor. Entweder von einem selbst oder von wem anders aus dem Umfeld. Also es ist auch dahingehend sehr nah an der Realität dran, weil einfach durch die Protagonisten, die sie hier einsetzt, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Sichtweisen deutlich werden, die genauso im echten Leben auch auftreten. Und dann haben wir hier auch noch Charlotte. Sie ist sozusagen die zweite Seite der Geschichte. Und mit ihr hatte ich auch wirklich, ja, ich würde sagen, am meisten Mitleid, weil es einfach auch zeigt, dass wir teilweise in eine unglückliche, missliche Lage kommen können. Ja, durch Umstände, die wir nicht unbedingt beeinflussen können. Klar, man muss auch immer überlegen, was kann man aktiv selbst tun. Allerdings zeigt Bagus hier auch sehr gut auf, dass man es auch nicht immer ganz so sehr in der Hand hat, beziehungsweise das vielleicht schon. Aber durch die Umstände ist es nicht immer leicht, sich so zu entscheiden. Da hängt einfach viel zu viel dran. Also ich finde das auch immer schwierig zu sagen, Mensch, warum handelt Person XY denn nicht so? Es ist doch offensichtlich, dass man das tun sollte. Man weiß nicht, was im Hintergrund alles abläuft. Es ist nicht immer so einfach, eine Entscheidung zu treffen. Und auch das habe ich in diesem Buch wiedergefunden. Ja, das hört sich jetzt alles sehr trist und aussichtslos an. Und ich muss auch sagen, dass das auch wirklich den Anfang so ein bisschen bestimmt. Zumindest war das für mich so. Clara Maria Bagus ist aber auf gar keinen Fall eine Autorin, die sich auf Hoffnungslosigkeit fokussiert. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, dass sie eine solch positive Denkweise verbreitet, wie ich sie ganz selten in Büchern finde. Für mich hat das eher was von einem Lebensratgeber, ja, in Form eines Romans. So würde ich es wirklich beschreiben. Und gerade diese negative Ausgangslage ist vielleicht gar nicht unbedingt schlecht, weil es sind ja gerade diese Situationen, in denen es schwerfällt, positiv zu denken. Sie zeigt ja aber ganz klar auf, dass es auch stark an uns hängt, mit welchem Blick wir durch die Welt gehen. Also ob wir etwas für schön empfinden oder konstant mit diesen Gedanken durch die Welt gehen, dass alles schlecht und schlimm ist. Also das ist so ein bisschen dieses Prinzip der Macht der Gedanken. Das kennen sicher viele von euch. Das kommt hier auf jeden Fall auch zum Vorschein. Ich muss sagen, so in puncto Realitätsnähe, Echtheit, waren schon so ein paar Situationen dabei, in denen ich mir dachte, ob das wirklich so passieren könnte. Ich glaube eher nein. Ich kann es aber jetzt nicht zu 100 Prozent sagen. Also wer weiß, vielleicht doch. Und ihr wisst ja, ich bin so eine Leserin, die sich stark an Logik auffällt. Also ich überlege dann, macht das Sinn? Boah, nee, wenn man da irgendwie zu viel erfindet, dann nervt mich das und so weiter. Aber bei diesem Buch ist es wirklich so, dass es nicht darauf ankommt. Also ich finde sogar, dass es fehl am Platz scheint, sich über Momente und Situationen aufzuregen, die sich vielleicht so gar nicht zutragen könnten, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil dieses Buch geht viel, viel tiefer und das ist einfach die Hauptaussage. Da halte ich mich an sowas einfach nicht auf. Es geht hier einfach viel mehr um das große Ganze. Es geht um die Höhen und Tiefen im Leben, wie wir damit umgehen. Und das ist halt einfach von der Message so, so wertvoll und wichtig. Und das binnen relativ wenige Seiten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe eine ganze Geschichte erfahren, die sich halt auch über Jahrzehnte erstreckt, muss man hier sagen. Binnen weniger Worte dann doch letztendlich. Ja, also es kam mir vor, als wäre ich ewig dabei gewesen. Und als ich das Buch zugeschlagen habe, hat sich in mir wirklich so eine komplett innere Zufriedenheit eingestellt. Weil das war so, so schön. Ich musste auch da weinen. Ich musste zu Beginn und am Ende weinen. Also da hat sich der Kreis so ein Stück weit geschlossen. Und es fiel mir wahnsinnig schwer, diese Protagonisten gehen zu lassen. Also es war wirklich nicht einfach. Und ich kann auf jeden Fall dem letzten Satz, der hier hinten steht, komplett zustimmen. Der lautet, in diesem Roman findet jeder seine Farbe von Glück. Und dieses jeder findet seine Farbe von Glück, ich finde, das ist auch richtig toll gewählt. Ich liebe es ja auch, Sprache zu analysieren. Ich mag das total. Und Farbe von Glück bedeutet ja schon, Glück ist nicht für jeden gleich. Meine Vorstellung von Glück ist nicht dieselbe, wie ihr sie habt. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass jeder sich auf die Suche nach seiner Farbe von Glück macht, die eben ganz anders sein kann als bei jemand anderem. Und dieses Buch wird in meinem Regal bleiben. Ich bin mir auch fast sicher, dass ich es wieder rausholen werde, nochmal lesen werde, weil es einfach ganz besonders ist. Und ich glaube, gerade in Situationen, in denen man sich nicht so gut fühlt, wirklich sehr hilfreich ist. Es hat mir sehr viel gegeben. Ihr wisst, ich liebe Bücher, über die ich nachdenken kann. Deswegen mag ich auch hin und wieder mal Sachbücher. Aber da ist es halt dann auch einfach noch in einem Roman verpackt. Das lässt sich dann schon immer nochmal anders lesen. Und ich hatte einfach einen richtig guten Zugang dazu. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es ist für mich ein absolutes Highlight. Und deswegen habe ich es mir nicht nehmen lassen, eine einzelne Rezension zu drehen. Ab heute ist es erhältlich. War ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank an den Pieper Verlag, dass ich es vorzeitig lesen durfte. Und sogar noch an eine von euch dort draußen verlosen durfte. Ich bin auch schon sehr gespannt auf ihre Meinung. Und davon abgesehen auch auf alle anderen Eindrücke von euch dort draußen. Ich hoffe, ganz, ganz viele lesen dieses Buch, weil es ist was Besonderes. Ja, soviel zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wird nicht mehr so schnell vorkommen, so eine einzelne Rezension. Aber wenn es sich anbietet oder irgendwie nicht anders geht, wie es diesmal eben der Fall war, dann mache ich das auch gerne wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.